Servus, grüß euch! Wir sind gerade in Mariat Rost unterwegs. Trinkbrunnen werden im Winter abgedreht, weil sie nicht frostsicher sind und mein Kollege und ich aktivieren in den nächsten drei Wochen die Trinkbrunnen für euch. Das Ganze passiert im Stadtgebiet von Graz. Derzeit sind wir zwei Mitarbeiter im Einsatz, die aus den Trinkbrunnen auftreten. Wenn Kapazitäten vorhanden sind, sind wir vier Personen. Das Wasser kommt direkt von den Hauptleitungen der Wasserversorgung und kann ohne Bedenken getrunken werden. In den nächsten Wochen sind alle Trinkbrunnen wieder in Betrieb. Also Wasser Marsch!